Hiiii Und du kommst zurück zu Portal Gneit 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 heißt das Gneit Gneit Hab ich nur einmal so geschrieben Also muss das nicht gleich so heißen liebe Powerbritzel Ja Mit dem Oberen hier Der sieht genauso aus wie vor der Kamera Ihr könnt es beurteilen Ihr seht das ja alles Guckt mal einmal oben rechts und einmal Lasst es lieber Ihr verliebt euch nur Und jetzt hören wir die Typen rascheln Wo sie reinkotzen wollen So Achso Als erstes Werden wir mal unsere blöde Aufgabe los Wie wir da Ach Und so Der uns so ein bisschen an der Tür nähen Gib du Blob Ich hab mich angeblockt Blob Blob Und der hat das Die Insel kaputt gemacht Der spricht dann lohnt Den brauchen wir Da ist noch Guck Wieder heil Hier ist auch mal noch Hilfe 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 Aber das ist kein Headblock Wenn wir mal Ninja Kräften Hilfe 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 Wie so schmeißt der das da oben rein Kommt mir nicht mehr hoch Doch Okay, ich spiele jetzt mal ein weiter Wir wollen uns mal um diese verlorene geklaute Waffen-Quest kümmern, weil dieses blöde Fenster nervt sich schon die ganze Zeit Das coole ist Es wurde zufällig gefunden das blöde scheiß Ding Genau, Opa hat sich drum gekümmert Wo ist sie denn? Ja Hinten irgendwo und hier und dort Hier einmal rüber über unsere selbst gebaute drücke lang ist her Fein machte Follow me please Ich Follower Da ist einer Mal Mäschi Lüko Oh, wir sind schon falsch Ja, Null Follow me in die eine Richtung Ich bereue jetzt geradezu Follower Demenz gerade ein bisschen, Entschuldigung Wahrscheinlich gerade Zitterall Bitte eine Ofenkartoffe Mit Lachs Ich hätte gerne Tittenfischringe Alter Tiere, runter vom Tisch Wir haben euch das noch beigebracht Nein Ich will Tittenfischringe Komm mal her hier Dann hätte ich gerne Froschhänkel Ja, der Malsheit Ich habe noch meinen Uhu Der klebt schön Der Uhu ist aber gerade nicht da So Ja, wir haben jetzt aber 0 von 1 und 1 und 1 geschulene Waffen Ich habe 1 von 1 Ich habe beides 0,1 und dann wechselt das auf 1 an Sondern das ist ein alter Spiel läuft wieder Ja, mit dem Kappen würde ich sagen So, wo ist unsere Ja, irgendwo muss man jetzt an der Leuchten, ne? Und da ist super Heinz hier Der ist es nicht, ne? Hey, der müsste ja orange sein, irgendwie, ne? Äh, wo ist denn jetzt unser Super Heinz? Ah, Jotten ist ein grüner Okay Au Au Ach da Na, du Lude Diesmal darf ich es sagen Die Waffen können nicht weit sein Sonst wäre die Abwesenheit ziemlich aufgefallen Ja, das haben wir jetzt auch gemerkt Dass die Waffe nicht weit ist Und wir suchen die halbe Map-Up-Weite Ja, ja, ganz in der Nähe Versteckt sein, ja Okay, dann gib mal ab Oh, Freude Das beweist meine Unschuld Naja, so unschuldig sieht sogar nicht aus Aber okay Ich werde den Gildemeister gleich an den Nachricht zukommen lassen Die Belohnung, die ich für dich habe Erblasst zwar im Vergleich zu meiner Dankbarkeit Aber sie soll dir gehören Ich hätte lieber eine fette Belohnung Oh Wow, ich kriege eine Axt Sehr witzig Der hatte ich vorher schon Ey Das hast du voll mit Absicht gemacht Hast du wohl Wo ist denn jetzt die Axt? Ey, wo ist die Axt? Hast du die? Du hast mir die Axt geklaut Weg ist sie Tschüss, Gorski Ja, ich hab sie eingekauft Toll, jetzt hier rausbiegen können die Olle Nase So, und die gute Nachricht ist Das blöde, finden sie die Waffen? Fenster ist weg Ja Können wir uns mal am Tüffel tuten mit unseren Waffen? Los Können wir uns mal am Waffen tuten Oder so Waffentüffel tuten Und wir haben jetzt noch jemanden Für Dinge Ja, ein Bauern Und den haben wir jetzt Ja Also packen wir mal in die Kiste Hört sich sehr gut an Wir packen jemanden in die Kiste Ja Okay Komm, Froschi Springen wir nicht auf den Kopf Du verhörst dich in meine geile Frisur Die kriegen dich da nie wieder heraus Wo ist denn die Rätselpower da oben? Ich bin mir irgendwie abhandengekommen Ich merke das schon Ja, ich glaube, sie hat sich verlaufen, Leute Die nachfolgenden LPs Verschieben sich um 10-20 Minuten Ach, da ist sie schon Und da grinst sie wieder Kommst du spät und grinst Das sind wir die Richtigen Dann ab Oh no, oh no, oh no Die Roll Die Roll Roll, Weltmeisterschaft Wir werden eine Kugel Ja Oh, und runtergerollt Wir haben jetzt eindeutig zu viele Kisten Ja, man munkelt Unser ägyptisches Superstar-Luxus-Lager Hat auch so seine Schwäche Ägyptisches Superstar Für Back- und Pflanzen-Bahn Ich weiß gar nicht Haben wir die überhaupt bei Deko reingekloppt? Ich weiß Ich packe auch gar nichts mehr rein in die Kisten Ich habe viel Angst vor dem Lageristen hier Oh, ich habe es gefunden Einmal zum Bauen Ah, hier ist sogar die Eulenbrille Arietta und Bauer haben wir jetzt Na siehste, wir sammeln Menschen Das hat wir, ähm Ja, bitte nicht aus dem Kontext reißen Das ist klar So, hier haben wir unsere Aufgabe endlich abgeschlossen Woopi, woopi Weil so viele Menschen, die da eigentlich sind Haben wir doch bestimmt noch ein paar mehr Aufgaben, oder? Ja, aber ich sehe keine Geld mehr Nee Na gut, wir haben ja sonst auf der Map ja auch noch was gesehen Bei Granatspitzen Haben wir ja noch hier so ein Sport in Ausbruch Wollen wir da ein bisschen auf den Rollen? Du kannst ja fragen, ich kann Partyhard, liebe Frau Auritzel Und da sind sogar noch drei Männer kicken zu entdecken Vielleicht haben wir auch noch was für uns Bestimmt so eine sinnvolle Aufgabe, wie Ich hab meinen Schlüpper verloren Ich brauch einen neuen Ich hab meinen Krückstock verloren Oh ja Ich hab mein Schwert vermüllt Ich glaub, ich weiß, wo der steckt, der Krückstock Ich weiß, wo er anschließend steckt Wenn die wirklich mit so einer Quest kommen Nee, der ist schon benutzt Ich hab keinen eingeflutscht Du kriegst den auch nicht in alles, sondern derjenige Und dann kriegt der Auftraggeger Post-Vend zurück Ja Und das ohne Briefmarker Auf ... Fünf Mannerspau Fünf 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 Gibt Spaut Ich hab sie einladen Hallo ich würde sagen ich würde auch sagen ja kann man jetzt ganz einfach mit zauber die machen so was was machen die stirbt komisches sporen ding die grüne meiner 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 macht aber die ziemlich tollen links ab ja wir sind wirklich schwer überlegen das ist bei mir das ist mir so schwer entschätzt die aus dem grünes ding halt ich habe eine beere essen hast du noch bern oder was ich habe heiltränke mit ja du hast ja wir kriegen grüne fragmenten sie ist halstein ich folge dir gleich okay erfolge dir kürzeste weg zu power britz ist mir die hölle ach ja wir sind ja nicht voll gehalten ja und wieder einmal ich werde mal kurz in die option gehen und automatisch anbieten wieder machen gut hier mache ich das nicht glaube ich habe anschließend schafft alles hier heute auf jeden Fall müssen wir so ein ding zusammen angreifen also alle 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 das eher schlecht aus wo bist du noch da auf der spitze da ich glaube der ist doof weil er so blöde hängt wir müssen solche suchen wo ein bisschen mehr rangierplatz haben naja komm mal hier zu mir wo du sein da wo du sein da na ja wenn freuen die von hinten auf hat sich jetzt ein bisschen komisch angehört aber ihr wisst was ich meine anna attacke nein zu hat sie sich das war es nicht gemeint wir müssen jetzt erstmal hier hoch irgendwie ich hack uns da durch ich habe gerade fragen bist du schon am treten baum oder so da fehlt ein stück ja ok weiter kurz einmal gut ja das passiert wenn man sich nicht aneignet heilung auf jeden fall ich jetzt ich habe ja bei langen ja ich habe ich dachte der eine sehr wichtige dauerne mein halb das hat er weit geschossen wir brauchen ja nur fünf ich stehe vor du musst das mit dem barbar machen oder so ja aber wir hatten ja auch nur zwei also ich habe jetzt nur zwei grüne ich habe nur zwei und ein blauen ja so genau meine meine die die was auch ich habe ihn zu dir was können würde ich mein möhre einer kommt eine kraft jetzt hat er gefallen und mit uns jetzt oben ist doch gefallen ach nicht da wieder was gehört ist mir nicht so gefällt jetzt laufen nicht weg ich werde noch an auf dieser also bald anfangen sachen zu verkaufen nicht heilen bis sport die power brüste halt auch nicht los ja ja das mehr für den vorkost ja 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 weil ich um das erste nur da bist du die punkte in der kollega was kriegt habe ich doch gar nicht doch mal so und ich halte nicht nur türen auf ich baue treppen für junge frauen noch mal nicht gerade die ablängung starten ja das sind schon harte brocken jungs das macht dann ist eine möhre überhaupt auf jeden fall keine energie wie es scheint aus der stunde für power nicht zu mir wollen in der bewegung bleiben ja ich bin aber jetzt haben wir vier von fünf ein solches ding behalten ist ja beide einmal blau einmal grün okay so also spielt ich schieße steht und wir haben sogar noch bonus gegner ich hatte mein zauberstab auf einmal das war klar ich konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen warum habe ich jetzt wieder diesen soundpack so doll und 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 der höfter nahme und okay weil der dieser war klar das problem ist wenn ich dieses sound packt dann ruckelt auch mein spiel wie so ein bisschen keiner läuft ja nicht wenn es läuft denn so wie an einem motor hier hochkommt ja so was auf du haus ab ich will locken hier rosa ist auch nicht das muss man auf dem sack ok ich wollte gerade sagen ich kann mich noch nicht der schon wieder folge ich habe mich doch angegriffen wieso kann er wieder voll geheilt sein das heißt ja bei mana mehr für meine kacke oh gott hier unten sind vier stück auf ein haus mit ein spaß aber auch für das schaffen das glaube ich weniger das werden wir wohl zu verlieren ich habe kaum noch was in diesem letzten wo nicht mehr leben wieso komme ich auch gott da nicht abend so die grünen wollen wir nicht mehr die grünen ich muss noch zwei blaue und die lande glaube ich waren das also blauen und kandidaten und rote sind hätten das haufen hier ist alles voll mit roten wann glaube ich mal ja aber diese rote alles voll das hingehurt sagt nur dass wir sterben vorwarten ich habe es nicht mehr gesehen da da ich habe es gar nicht mehr ich habe es nicht mehr ich habe es nicht mehr ich habe es nicht mehr haben jetzt diesen geflieger die zauberstäbe doch wir haben hier gut ist die menina jetzt erreicht ich glaube du schießt ich bin noch anzieht so mann amana ist da hinten mann amana ich wollen dadurch wollen was recht durch die meute den haufen machen dann drei grüne bei ja wir locken die blauen weg wir trennen sie ich glaube nicht ob die fliegen alle hinterher lassen weil wir sonst ein dingens finden wo die ein bisschen ja einzelne sind nicht so 100 auf ein haufen keine einzelgänger das sind wir hinten ist noch einmal rot und denn das ok wir machen die durch sind zwar zuviel aber kriegen wir vielleicht getrennt oder da oben wo die viel sind gut und lila das ist kein grün bei grüne hat mich nur noch aber es müssen wir ändern dass die euro kommen jetzt wird ein schneewald gebaut ob sie denn auch noch ja der plan ist perfekt ausgetüftelt jetzt haben wir mal schon mal sie sagte und ich habe keine spitzhacke mit warum denn ließen ich hatte ihnen hätten so auch meine autos so ja auch aber wo wollen sie eigentlich hin ich will nur ein paar blöcke haben immer die ganze lage gut achten wo ist unser ding auch hier na hier muss natürlich so ein ding sein du bist cool er ist voll hinterhältig und so ich frau dich auch nicht überwägen ja das sind wirklich hinterfotziert mann 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 jetzt muss ich ja 75 kilometer laufen doch nicht so weit gefallen eigentlich komischen weil was auch immer hier vor hat wir müssen und die intelligenz einsetzen ich weiß ich schon einmal gestorben sagen was für eine intelligenz jetzt auf einmal wo willst du die auspacken aber es ist schon mal gut wir haben hier alle die wir brauchen immer am start ja das ist nicht die seite noch ich möchte dass du beschützt geschützt ist für könig aber dann wissen das spiel läuft wird die z kalt an die pausel kriegt dann auf dem ballon los ich bin wahrscheinlich meine letzten habe ich mal zeit da wo er nicht hin soll warum bist du runter gesprungen weil ich gierig war abgeriegelt ist auch wieder aber sie schießt und ich hätte ja selber hoch kommen können die lavadinger sind verkrieg gut ja was ist trotzdem ein geschütter abgeschossen kommt als bonus haben wir die normen alles rückgängig gemacht du bist gar nicht so heiß wie kran das war das noch herz ausnahmsweise war nicht wir haben sie ja schafft maus der auf sie portal nights vor du wirst genau nicht feuer bei schrift rolle und rezepte vor roten beton jetzt rezept ich suche das ding schon ewig den roten beton das rezept dafür coole sache auch schick hast sie auch für die hause dann sie tun ja meine haben meine monäten einbinden ja jetzt geben wir den scheiß was sagt uns denn noch die mir sagt aber erfolgreich und irgendwann kommen wir auch mal zu diesen blöden schlüssel hier dafür müssen wir natürlich so ein zwei türen auch öffnen aber gucken welche farben wir dafür brauchen wir müssen uns mal darum kümmern dass wir diese farben kriegen diese steinchen ding sie es genau das wird schon nicht das problem werden alles klar denn vielen dank fürs zuschauen auch wenn er heute ein bisschen ja weil sie auch nicht gut reich war kam es reich ich bin für action reich ja was das komische steine oberste dunkel steine und drauf auch näher sind schon diese feld platzierten verifizierten wir haben hier mehr zu tun und diese blöden werden ja die schick hat man sich schöne symptome zum berg eingraben machen wir uns der ferienhause wenn die spuren wechseln warum auch nicht ferienlager denn sagen auf wiedersehen und bis zum nächsten mal auf wiedersehen